Kisten an! Hey, der durfte wohl nicht reinfahren, was? Na, ich glaube, der hat geackert. Moin zusammen! Hast du ein neues Auto? Ja! Das steht ja aber zu! Genau, danke! Mach's gut! Ja! Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Das war gut zu nah. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020